Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead hinter jeder Ecke. Wir sind genau unter Crawford, dem bösen Crawford. Wir müssen nach Crawford, um uns Supplies zu holen, zu klauen, um uns eine Batterie und Sprit für das Boot zu nehmen. Und deswegen werden wir jetzt in Crawford einbrechen, beziehungsweise einschleichen und diesen Plan vollziehen. Ich hoffe, es klappt alles. Wir werden den Gully öffnen und loslegen. Sehr gut bewacht alles. Woher ist jeder? Es sollte die Händler, die Patrouille sein. Was? Bist du zufrieden? Es ist einfach drastisch. Ich glaube, ich sehe einen. Da drüben, bei der Tür. Okay. Ich und Kenny versuchen ihn auszutauschen und versuchen ihn auszutauschen. Okay. Der Rest von euch wartet für unser Signal. Dann folgt uns über. Jeder hat es? Okay, Kenny. Lass uns das. Okay, Kenny. Lass uns das. Keine Schreie. Keine Schreie, ohne dass es keine andere Wahl gibt. Genau hinter dir. Okay. Eigentlich möchte ich jetzt keine Menschen töten, aber... Schauen wir mal. Müssen wir offensichtlich. Okay, hier sind alle Walker, oder was? So viel zu unserem Plan, so viel zu Crawford und so viel zu allem anderen. Fuck. Fuck. Do you think they saw us? I don't think so. I think we're good. But now at least. What the hell happened here? I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh man, we are so screwed. No, this is good. Vernon's right. We can deal with walkers easier than armed guards. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea how many of them are out there? No. You want to do a headcount? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Come on. I think I know which way to head. I got a bad feeling about this. Ach du, du hattest schon oft ein schlechtes Gefühl. Hm, was sollen die X da drauf? Muss man da durch, oder was? Just keep moving. Here. Looks okay. Everybody in. Okay. What's on the way here? That's the armory. Figures. Looks like they were using this room as some kind of command center. Okay, so now what? Where do we start looking? Das ist die Frage. Wo sollen wir denn gucken? Und wonach überhaupt? Ist das? Just give me a sec. Ist das ein Motorpol? Motorpol? Where can we find some fuel for the boat? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were stored fuel, that's probably where it'll be. Where would be the best place to look for medicine? Right here. Nurse's station. They were using it as a medical facility. Yeah. How do you know that? Oh, oh. Just makes sense, doesn't it? So then we just need a battery. This Sato shop. It's right next door. Yep, it's called Hermann's. You can't miss it. Okay. I'll make the run of maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come to it. No, two people's enough. You stay here. See if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. We might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay. I guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. What about me? What can I do? I need you to stay here with Ben and watch over our command center. I'm putting you in charge of it, okay? You're leaving me with Ben? I'm not leaving you with Ben. I'm leaving him with you. Understand? Oh, okay. Back before you know it. Okay, okay. Okay, okay. What do you have to do here? What do you have to do here? Ja. Feuerleiter. Hm. Wo sind wir gerade? Hier, ne? Das heißt, wir müssen hier und dann die Feuerleiter runter. Okay. Let's try. Wir werden es schon finden. Ach, da steht ja schon Molly. Hier sind Patronenhülsen. Wir haben bereits gefeiert. Sie sind nicht wertvoll. Ja. Aber Hauptsammann sein. Blutiges Schließfach. Machen wir mal auf. Ja. Na schön. Was haben wir hier? Die Principals of Crawford. Ja. Children unter 14. Naja. So, wo müssen wir lang? Da ist der Exit. Was war da? Oder was? Ne. Ich höre nur die ganze Zeit irgendwelche Walker. Das ist die Tür zu der Alleyway, wo die Auto-Shop ist. Aber wo ist Molly? Molly? Du bist hier? Ich glaube, ich gehe nicht so. Gehen wir erstmal hier. Okay, hier ist der Zaun. Ähm, ja. Dann müssen wir wohl hier irgendwo rein. Dann hier. Schild. Auf der Hölle. Was? Konnte ich jetzt nicht lesen so schnell. Ich kann es auch so immer noch nicht lesen, oder? War da gerade was hinter uns? Auf jeden Fall Pool-Workers-Only. Authorized-Moder. Okay. Looters will be shot down. Funde ich das jetzt richtig entziffern? So, gehen wir mal hier rein. Hier ist ja nichts. Hier ist ja gar nichts. Loch. Was für ein Loch? Im Dach. Geht er hoch. Los. Irgendwas war gerade hinter uns. Entweder war das Molly, die uns hier gleich von hinten überfällt. Oder ein Walker. Oder sitzt irgendwer. Spannend. Was haben wir hier? Werkstatt-Tor. Dann machen wir das mal auf. Was haben wir denn hier noch? Ist hier noch irgendwas? Zaun. Mit ganz vielen Rockern. Ja. Ja. Kann ich irgendwas machen? Oh! Leif ihn! Er ist meine. Was hast du denn da gemacht? Was hast du denn da gemacht? Was hast du denn da gemacht? Molly! Was? Calm the fuck down! What's wrong with you? What's the matter? Never seen someone kill a geek before? Not like that. He's wearing medical scrubs. Some kind of scientist or doctor maybe? Yeah, well... He ain't shit new! Hmm. Did you find us a way in? Yeah, but the garage door is jammed. Can't raise it. Not a problem. Look what I found. Oh yeah, that'll work. Come on! Was? Hm, muss wieder drücken hier. Uh! Oh Gott, der lebt... Oh, oder was? Der hat so auf den einen gehakt, aber nicht mal den Kopf verletzt, oder was? Richtig dumm. Zum Glück sind die dumm. Was? Ich schaue mich mal um. 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 Ah. Was soll man nochmal holen? Eine Batterie? Well, ich kann sehen, wo die Batterie sollte sein. Aber es ist nicht. Perfekt. Da ist schon mal keine Batterie. Hm. Auto. Suchen. Ich höre da schon wieder was. Ist da wieder irgendwo einer. Tja, aber das Problem ist, dass sie dann losgeht, wenn wir da irgendwas machen. Und dann haben wir ein kleines Problem. Ah, der Timer geht los. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin macht es gut, Leute. Euer Brillibee.